Liebe Frau Hermann Gröhe, als Spitzenkandidat der Reichtagsliste und damit auch liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Reichstag und liebe Kandidaten, wir wollen natürlich alles tun, damit Sie führen. Ich grüße natürlich den Landesvorsitzenden SS, Frau Ralf-Rauk-Siepe, den Bezirksvorsitzenden Oliver Wittke und liebe Freundinnen und Freunde von der SA. Deshalb ist es richtig und 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 richtig, 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 wenn ich drauf bin. Das ist ein gutes Stück Ausdruck von sozialer Soße. Und Karl-Josef Laumann hat die Situation beschrieben. Wir haben uns den Soße, wie man heute sagt, gegeben für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne drauf sind. Soße. Und ich will das nicht. Vielen Dank.